Jo, was geht ab hier Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost of Tsushima, so weiter geht's Leute, ich war auf dem Weg zu Yuna, mit ihr in der Geschichte, Anfang 1 von 4, nur ich bin hier gerade an so einem mongolischen Lager vorbeigekommen und wir versuchen diese ganze Geschichte hier mal zu übernehmen, funktioniert wieder wunderbar, funktioniert wunderbar, was ich vorhatte, So, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, leck mich doch Einer weniger Das Problem ist, ich bin falsch abgebogen, ich komme hier nicht mehr hoch, ne, warte mal kurz Hoch, 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 was ist denn? So, jetzt muss ich kurz mehr Lager hier anschauen Was passiert? Hoch, 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 hoch Und Hilfe , hoch, hoch, weg, hoch Okay, ich muss, versuchen, das mal, hier ein nach dem anderen auseinanderzunehmen Ähh, warum sind die jetzt gerade so krass drauf? Ich gehe davon aus, dass ihr die Leicht sizedの attacks from at home oder? Kommt das hin? Hör. Ups, ich hab' ich nie gesehen. Ich hab' ich nie gesehen. Das war der Falsch, das wird der Falsch, das wird der Falsch, das wird der Falsch. Ich hab' den Hund, ich hab' den Hund, ich hab' den Hund, das war nicht gut. So, wartet. Das war dumm, das war dumm, ich wusste jetzt selbst gar nicht, was ich machen wollte. Ich wusste grad irgendwie selbst nicht, was ich machen wollte, das ist das Problem. Ich hab' den Falsch auf mich. Äh, ich weiß allerdings grad nicht wo, ich weiß grad nicht wo, ich weiß grad nicht wo, ist auch egal. Ah, ich hasse es. Ich hasse es, ich hasse es. Das ist das Problem des Hundes. Ich hab' gar keine Mitwahl. Ich hab' gar keine Mitweih. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Da braucht' mein Hunger oder irgendwas. Ich brauche doch ein bisschen mehr Utility. Nein! So warte mal, ich muss Pfeil ziehen, Pfeil ziehen, Pfeil ziehen, Pfeil ziehen, Pfeil ziehen. Äh, finde ich sehr gut. Äh, fuck, ich habe auch keine Ahnung. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Irgendwas am Sammeln, irgendwas sammeln, irgendwas sammeln. Scheiße. Habt ihr irgendwas fallen lassen? Pfeil oder irgendwas? Neue Vorräte? Schwarzpulver? Alright. Yes. Woo-wee. Ich habe es noch mehr. Okay. Ich guck jetzt mal kurz hier rein, ob hier irgendwas ist, ich baue Pfeile, ich baue irgendwas, ich hab nix mehr. Hat er einen Kuh neu? Perfekt. Das ist ein Vorrät, ich baue gleich meine Rüstung komplett aus. Das erste, was wir machen werden, die Rüstung komplett ausbauen. Er hat da kein Pferd oder so, ne? Schwarzpulver. Okay, let's go, let's do das. Heil, Noxbitch. Oh, hier ist noch ein Hund, das hab ich nicht vergessen. Was ist denn? Oh, hier ist noch ein Hund. Oh, hier ist noch ein Hund. Aber hier wird nicht unbedingt die größte Angst haben, ist mir irgendwas passiert. Wow. Oh, das ist perfekt. Was haben wir denn hier drin? Ist gar nix. Das ist auch nix. Irgendwie wildes Tier wäre geil. Ich finde aber kein wildes Tier. So. So. So, 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 so. Oh. Okay, es sind jede Menge Gegner, was wir noch hier haben. Das heißt, wir müssen uns hier nach und nach auseinander nehmen. Wenn ich jeden per Attentat rausholen könnte, wäre das mega geil. Er darf nicht entkommen. Ich bin sowas schon von weg, aber egal. Wer war das? Wo ist der Samurai? Wo ist der Samurai? Der ist ja auch zu weit weg für den Attentat, ne? Ich hab keinen, ah, ich hab keinen Brandfall. Scheiße, das hab ich gesehen... Wie gesagt. Das ist jetzt dumm gewesen von mir? Das war dumm von mir. Das war dumm von mir. Kann man so und so sehen? Ich brauche Rage, ich brauche Rage, ich brauche um den Rage! Oh, Rage ist weg, fuck my life. Bastard, my Rage ist weg, du... Keiner feiliger Bastard. Dostoye! ¡Dostoye! Fuck you, von wo? Bastard. Toll. Äh, ich hab gar nichts mehr oder was? Ich bin Farschen jetzt oder was? Ey, Junge. Oh Leute, wirklich jetzt. Scheiße. In der Bastard, oder? Ich hab's gesagt, das ist mir zu tight einfach. Das ist mir irgendwie zu tight, irgendwie, keine Ahnung, ich würde gerne die Sensitivität davon ändern. Kann ich diesen scheiß Köter per Tata wegmachen? Wo ist der Köter? Wo ist der Köter? Wo? Ah, sehr geil. Na, ich hasse. Schöne Kreis Köter. Ich glaub das waren alle, oder? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es sind schon alle waren oder nicht. Ich hörden, ich bin ganz sicher. Eisen, Leder, Pfeile, geht nämlich auch. Aber das ganze ging noch nicht unter normaler Kontrolle, noch nicht. Okay, drei da, einer hier, okay, wir müssen an der Seite erstmal wieder gehen. Schaffe ich diesen Sprung? Wieso steige ich mir diese Frage überhaupt? Was ist das, was ist das, was ist das? Was sind denn noch nicht alle gewesen? Strange, wie viele sind denn hier? Hä? Ich kann mich doch gar im Leben nicht gesehen haben. So, jetzt sehe ich gar nichts mehr wegen der Kamera. Get the fuck off me bitch. Ich weiß nicht wie viele hier noch sind, ich habe das Gefühl es werden immer mehr. Warte um Vorräte, da ist das, so, irgendwo müssen wir noch einen Falken loswerden, aber ich weiß noch nicht wo. Was hast du denn da? Ich habe Pfeile schon genug. Was machst du da jetzt? Der ist auch nicht ganz dicht im Kopf. So fast, so good. Ich weiß nicht, was du da jetzt? Ich weiß nicht, was du da jetzt? Ich weiß nicht, was du da jetzt? Da ist mein Bonner, so haben wir das Ding glaube ich befreit komplett. Großer Erfolg, wow, wow, wie war. Da ist der nächste Bonner. Wir können hier nach unserer Rüstung komplett ausbauen. Aufs Maximal. Auf Max-Status. Okay Jungs, wo sind die Falken? Wo sind die letzte Falken denn? Das ist die Fall die ich mir grad stelle, ich hab grad nämlich gar keine Ahnung. Da hinten ist der. Hab ich feilen Überfluss? Ach, ist über voll. Da, 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 da. Da, 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 da. Neue Techniken verfügbar. Ich kriege sogar zweimal Gold. Wir müssten eigentlich hier sogar einen Schmied haben. Damit ich meine Rüstung hier ausbauen kann und ich nicht extra weg muss. Also wir haben kein Schmied hier tatsächlich. Scheiße. Machen wir das mal. Boah, das ganze Ding aufs Maximum aus. Äh, du warst jetzt glaube ich da hinten drin. Kann das sein? Braucht ihr einen Schmied, mein Herr? Noch nicht. Aber demnächst. Es wäre eine Ehre, eure Klinge zu bearbeiten, mein Herr. Aufzeichnungen. Das glaube ich dir gern, aber ich brauche dich noch nicht. Hä, wo ist die denn jetzt schon wieder? Händler, Schmied. Was? Das Fallen, den? Etwas von euren Jagdzügen anzubieten. Hä? Hä? Keine Confuse. Wo bist du? Hä? Da hinten. Hö. Lass mich eure Rüstung veredeln. Was möchtet ihr verbessern? Ach so. Das ist noch nicht maximal. Es geht noch ein bisschen besser. Was brauche ich denn dafür? Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Müssen wir mal gucken, was ich brauche. Ich brauche auf jeden Fall knapp 400 Vorräte. Ihr habt meinen Dank. So, nachdem wir das gemacht haben, gehen wir wieder hier zurück. destinden sie zu machen aus, warum we reverse die Rehung hoch ke�? Jetzt muss ich fertig sein. Oh, ist das El zo gut? Hö! 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 Das schafft er eh nicht, wird das sowieso eiskalt runterfliegen. Warte mal kurz, dagegen muss ich jetzt auch mal kurz was machen. Da geht gar nichts mehr, ja das ist jetzt Erkundung. Achso, das muss ich abschließen, alles klar, Techniken, Geist, Erschütterung, ich muss schneller sein, den nächsten töten, wenn der erste blutet. Mein Vater hat irgendwie keinen Bock, okay ich muss sowieso da eiskalt drüber, da kommt mein Pad sowieso nicht hin. Aber ich sage, ich mache gleich erstmal einen Folgenbreak. Es war nicht ganz so viel geschafft mit der Befreiung, aber wir haben unsere Rüstung ein ausgebaut, das ist gar nicht verkehrt. So liebe Leute, ich mache mal hier einen Folgenbreak, bis dahin, haut rein und tschüss. Und so, wir bekommen das hier. Es ist gar nicht verkehrt. Ich sage, ich mache mal hier. Ich sage mal hier. Vielen Dank.